morgen ihr lappen wisst ihr was morgen ist jaja for the horizon nummer zwei noch mehr eis ich bin ja ein heißer kerl ich muss ja abgekühlt werden moin alle haben sie keine chance ich bin heiß zieht gerade zu draußen hoffentlich zieht kein gewitter auf weil es ist wieder irgendwie doch sehr warm also das mit dem eis ist schon ultra geil jetzt wird es wieder heiß war eigentlich logisch war wenn ich die lava berühre dass das eis komplett abfällt ist eigentlich logisch was ist das eigentlich für ein berg in drinnen eis und außen lava das geht doch rein physikalisch nicht oh oh so dass er sich einfach so dran zu springen ich würde erstmal fühlen dass warm oder kalt ist aber anscheinend nicht wirklich warm das ordnungsamt ist da schau mal wer da ist wer ist denn da knallbonbons sind der hammer morgen ja schau mal da ich bin groß eingang frei au aua wie sieht's aus mit kleinek zu gewinnen hey komm her ach der wollte mich schon zertreten und die landen hier oder was spacken und die landen hier und die landen hier und die landen hier und die landen hier und das ist ja ekelhaft an mir kommt nur der weihnachtsmann vorbei so der schlüssel ist also hier drin ja tief im labyrinth wir müssen viele herausforderungen bestehen bis wir ihn erreichen uah falsche richtung oh geil gericht ui tetris wir haben sie offenbar setzen sie auf hohe gewalt bringt nichts ich würde dir erstmal die arbeit lassen machen dann sprengen dann bringen die sich allein um und wir können da rein spazieren aua wo hast denn du gelernt hm das ist ne tür geht die auf nein geht's nicht bett ok den schalter umlegen ich will noch erstmal gucken ob wir hier irgendwo ein special haben ach da sind mehrere das geht doch bestimmt auf hier oder ohne kleine truhe ach das sieht geil aus eine lupe nein fernglas für den verwandler auf der anderen seite auch noch was ja ja leuchtsteine gut drücken wir mal hebel eins drei hebel neck du sollst da hoch hebel zwei wo ist hebel drei ist es der schlüssel des herzens nein hebel nummer drei hebel nummer drei hebel nummer drei hm geht's hier noch lang ah schau mal da hier geht's noch lang und hebel nummer drei jawohl krass so ne tür hätte ich zu hause auch gern das wär geil so ruhm und reichtum wo sind die bitches also ich find das hier sehr bekannt die gegner kommen mir bekannt vor boah boah gut da geht's nicht lang ach ne hey wie war das bei dem genau so war das wenn ein mensch das erbaut hat warum gibt es hier dann Wachen tja dieser mensch muss gewusst haben wie man Wachen kontrollieren kann so Relikt 1 Tür und Tür 3 na gut kein Hindernis für mich mal aufs Handy gucken noch alles klärchen jawohl ist nur vollgeladen das gute Stück und weiter äh lauf nein ach geil ticktack 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 ah ausgetickt ich könnte schwören hier geht's irgendwo rein was ist das denn kennen wir den oh ach ja 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 kommt mir bekannt vor ja kommt mir bekannt vor Hurensohn Huch Kamera kommt mir bekannt vor der nette Herr Lauf 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 spring und warp ich warpe warping Das ist wieder so ein Ekelhafter Speicherpunkt Das ist wieder so ein Speicherpunkt Den ich überhaupt nicht leiden kann Aber überhaupt nicht Lauf, 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 lauf Spring und boop Das ist wieder so ein Speicherpunkt Ich seh nichts Ah, fuck die Hölle ab, ey Kann ich nicht einfach weitergehen? Ich hab keinen Bock auf den, ey Das ist fürs Gameplay uninteressant Hä, was? Wir wollen aber sehen, wie du verlierst Halt's Maul Ich geh einfach mal durch Ja, ich geh durch Ach, kann ich nicht! Kacke! Gibt's nicht mal bald irgendwie, keine Ahnung, ne AK oder ne Kalaschnikow oder sowas? Ich mein Ich mein, Fäuste sind doch langweilig, oder? Was meint ihr? Ich bin voll dafür, jetzt einfach mal so ne AK oder ne Kalaschnikow zu finden Finde ich voll okay Ja, 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 ja Da ist der Schlüssel und die Tür Jo Wird der Schlüssel benutzt und die Tür geöffnet Erheben sich Berge höher als die Wolken Das Antlitz der Erde wandelt sich für immer Hey, was bedeutet das? Dritter Weltkrieg Ich drück den Knopf Ich drück den Knopf Ich drück den Knopf Oh Alter Geh weg Hä, wo soll ich denn hin? Wie gemein, Alter Die explodieren ja Hey, verstehe den Sinn nicht Okay, direkt schlagen ist scheiß Idee Achso, ich hätte die Schranke denn zerstören müssen Na gut Also war das Schlagen doch ne gute Idee Mann, nirgendwo geht's hier rein Das sieht so verdächtig aus Ach du Scheiße Okay, das wird auch ne Sackgasse sein Dann ist da was Hier kommen wir rein Und finden ein Special Yay Was ist das? Okay Ja gut Und der letzte Schalter Verändert sich das Labyrinth jedes Mal Hä, wo ist denn Schalter Nummer 3? Schalter 1, Schalter 2 Ach hier Ja gut Jetzt haben wir's aber Schnell Ends the last one Mal rauf Spaciger Shit Ja Oh Gottes Willen Wir machen da mal in der nächsten Folge weiter Mal gucken wie ich das hinkrieg Morgen mit Forza Schalter 1, 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 Sch